Gute Nacht, mein kleiner Gumdrop. Ich hoffe, dass du alles in unserem neuen Haus genutzt hast. Alles gut, Mom. Einfach schlafen. Okay, will ich denn existieren und wollen mich umbringen? Okay, dann machen wir den mal fertig. Scheint nicht so schwer zu sein. Komm, den machen wir jetzt auch noch fertig. Komm, Magier. Geht rauf! Bam! Fertig. Und jetzt sind wir geschrumpft. Okay. Komm, jetzt machen wir die fertig. Wieder battering. Oha! Ich kann dir echt die ganze Zeit nicht ganz fingern. Oh, der Böse. Ah, ein bisschen böse Licht. Ah, komm, ich mache euch fertig. Komm, wir holen mal ein bisschen. Heilschrank. Und dann... Junge, dann bist du abgefuckt. Und was nehmen wir denn? Nehmen wir toter 1000 Schnitte? Ich glaub, das nehmen wir. Ja, komm. Beide Ninjas. Hopp. Ah, ah, ah. Jetzt. Boom. 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 Der erste Ninja, okay. Der war ein bisschen abgelenkt. Durch die Wichtel. Aber die andere haben sie geschafft. Steuern. Steuern. Oh mein Gott. Nur noch einer. Und der kriegt das Feuerschwert. So ein Feuerschwert. Junge. Boom, Junge. Und wieder eine verrückte Nacht. So, Exekution verbessert. Als nächstes wahrscheinlich toter 1000 Schnitte. Würde ich verbessern. Wir könnten uns eigentlich jetzt wieder anziehen. Aber machen wir trotzdem hier die Pyjama. Weißt du? Die Nachtaktion mit Pyjama. Okay. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Okay. Legen wir eine Falle. Oha. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Fuck. Er ist nicht in die Falle reingelaufen. Fuck. Oh Junge, und renn du Bitch. Ich zieh dich ab, ey. Warte, wurde abgezogen. So, jetzt Exekution. Und ist down. Keine Chance gegen mich. Und. Da war ja noch eine Falle. Wusste ich. Oh, Ball. Und wir stellen. Ey, Goa, fick dich. Na komm komm komm. Ich muss schnell gehen. Ich muss die irgendwie, ja. Perfekt. Genau so muss das sein. Ja. 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 Nein. Bitte nicht. Nein. 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 Ja, mein Junge. Geschädigt fürs Leben. Und dann nervt ihn noch. Seine Eltern treiben es miteinander. und er muss das einfach zu sehen. Er hört es. Tut mir so leid. Oh Ratte. Okay. Jetzt müssen wir den Klug ausscheitern. Oh. Shit. Okay. Die eine ist deutsch. Die andere wird jetzt flambiert. Jung. Und nochmal drauf furzt. Auf die Leiche. Komm die eine machen wir jetzt fertig. Komm her. Komm her. Komm her. Riesenratte wird fertig gemacht. Junge. Die wird fertig gemacht. Komm. Ich gebe mir ein bisschen Mana. Und jetzt wird es da einfach zerfickt. Oh. Boots. 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 Alter, das muss so verstören für die Jungen sein. Tut mir so leid, ey. Alter... Oh Gott! Der Ball ist so OP, ey. Bei einem Perfekten haben wir sogar 2 doppelten Blutschaden. Also 24. Und jetzt noch eine Messerattacke. Ich bin einfach voll die Schlitzmaschine. Und der letzte auch noch. Komm. BAM! Alter, diese Schlitzattacke, die sind so krass. Oh Gott. Die reitet den richtig krass. Ja, spuck ihn an. Klar. Alter, das ist so... Oh Gott. Der Junge, der ist so geschenkt fürs Leben, ey. Aber... Ja... Machen die nicht schlecht. Ist eine ganz alte Schule. Ja, ins Gesicht rein spucken. Und natürlich auch ein Bett und wir kriegen nichts mit. Ja. 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 Ach, hat er denn so'n Chefscheiß, ey? Ja. 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 Ja! Ja, jetzt müssen wir uns heilen. Oh shit! Jetzt müssen wir uns heilen! Nan Jones! Werum kriegen die jense nix mit, ey?! Und ach! Der hat da du einfach.. Oh fuck! War zu früh! Ey, da war eine 4 zu Kasse, wir müssen ihn die ganze Zeit zubrennen. Ich muss zum Blut bringen. Was, 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 was? Nein! Matrix-Muuuuh! Ach du Scheiße! Okay, wir müssen dich zum Bluten bringen. Ja! Nein, nicht nochmal! Bitte nicht! Nein! Nein! Shit, ich weiß nicht, wenn ich das brauchen muss. Ich mache es immer zu früh. Aber er hält nicht mehr viel aus. Komm, wir holen uns noch einmal ein. Ah, er ist fast down. Also mit Bluten und Feuer kriegen wir ihn schon down. Oh, ja. Und noch eine andere Bluten hinzufügen. Oh, ja. Okay. 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 Ah! Okay. 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 Sollen wir bewältigen. Auf nach vorne gucken. Ich hoffe, deine neuen Freunde sind gut gehalten. Geht mit deinen neuen Freunden heute. Das macht's auch nicht wieder besser. Aber ich guck gerne nach vorne. Alles klar. Und jetzt können wir uns gleich machen. Jetzt können wir alle das Verstecke, wo wir vorher nicht rankommen. Da kommen wir jetzt an. Und wir fangen an beim Obdachlosencamp. Da kann man auch so schon hin. Aber das hat mir vorher nicht gesehen. Oh, warte mal. Okay, Bitch. Ja, das habe ich noch im Vortag gesehen. Und jetzt... Jetzt gehen wir da rein. Ah! Und schon können wir uns als wichtig verkleinern. Also nicht verkleinern. Zu einem wichtigen Größe verkleinern, ne? Und kommt er durch. Ah, tschüss. Dann. Komm, ich freue mich. Oh! Ach so, du kommst auch so durch. Ich freue mich extra klein, wenn du durchkommst. Ah, scheiß Brenner. Ah, scheiß Brenner. Danke. Ja, bam! 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 Ja, ah, 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 ah! What I do? Ah, come on! Ah! Ah! Du Monster! Ich werde euch vernichten mit dem Superlassenfall. Und ich habe nochmal gleich ein Feuer schwert, Junge. Und nochmal ein Feuer schwert, Junge! Und nochmal ein Feuer schwert, Junge! Tja, sauber aufgeräumt. Ich müsste glaub ich nur noch einen Obdachlosenkämpfeln. Oh, ey, glaub ich darf so was von durch die Fresse haben ey, der kickt gleich auf die Fresse. Also, das kann man sich nicht mehr antun ey, der. Oh! Huxa! Alarm! Alarm! Im Sperrbezirk. So, ich hoffe jetzt die dritte und finale Runde. Kommt nun endlich die Entscheidung? Wird Duschback seinen überaus lästigen Erzut besiegen? Und hat er das erlittene Trauer von letzter Nacht wirklich schon überwunden? Das und vieles mehr seht ihr vielleicht in der nächsten Folge von South Park The Stick of Truth. Falls euch diese Folge gefallen hat, schreibt es doch bitte in die Kommentare oder liked das Video, lasst es bleiben falls nicht oder schreibt vernünftige Kritik. Lange Rede, kurzer Sinn, wir sehen uns hoffentlich im nächsten Video. Macht's gut! ガ ne proud! 05 1 3 3 3 5 4 5 5 5 5 5 5 6 5 5 5 5 6 5 5 5 6 6 6 7 7 7 8 9 10 10 10 10 10s. Untertitelung des ZDF, 2020